Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen euren Game Master vorstellen? Oh du Mann, Pike! Leute, meine Kleine Meister, zum Willkommen zu einem neuen Video auf euren Kanal, Leute. Ihr seht, ich hab mich schick gemacht mit meiner Fliegefreunde. Und heute bin ich der Game Master. Und zwar geht es heute darum, richtig oder falsch, wir machen eine Quizshow über unnützes Wissen, Leute. Diejenigen, die das richtig, äh, die hier richtig antworten, sind weiter. Diejenigen, die es falsch antworten, sind natürlich raus, meine Damen und Herren. Es gibt zwei Teams, die wir gleich hier, äh, wählen. Und, äh, ich würd' mal sagen, heute mit dabei ist Kidman. Ähm, Freunde, wir machen heute eine neue Runde spielen. Genau! Willkommen zu einem Weak-Nazizi! Das Among Us genauso sehr wie Fortnite. Nice. Und mit dabei ist noch Amplu. Das geht ab. Das geht ab. Okay, Freunde, wir müssen uns kurz mein Outfit ändern, Digga. Ich bin ja hier, äh, ich bin ja hier Doktor. Warum bist du zu platt, Digga? Meine Damen und Herren, wir gehen rein in die Runde. Let's go. Und, äh, es geht dann auch direkt los. Ich würd' mal sagen, wir machen Team Kidman gegen Team Amplu. Stellt euch mal bitte alle hier in einer Reihe auf, wo ich gerade stehe. Hier, hier in einer Reihe. Oder er rennt im Kreis. Da, wo ich gerade stehe. Da, wo, da, wo Budak steht. Nehmen Budak. Alle nehmen Budak oben. Außer Kidman von André kommt jetzt runter zu mir. Digga, ich glaub, wir checken nicht, wie man... Wir machen einfach die Runde zu uns, Digga. Manche oben, manche oben. Ich schwöre ja. Egal. Okay, ich würd' mal sagen, Nindroid, geh bitte hoch. Und, äh, Kidman, du darfst anfangen, deinen Teammitglied auszusuchen. Nehmen Budak. Okay, André. Ich nehme den Schlauesten von allen, Digga. Du weißt, wer es ist. Man nennt ihn The One and Only. Es gibt ihn nur einmal auf dieser Welt. Bitte, bitte nicht Leonid. Leonid! Du wirst so verkacken, Digga. Okay, Kidman, du bist dran. Ich nimm Eileen. Eileen, okay. André, ich sag dir, Nindroid ist schlau. Okay, wir nehmen Android. Wurde, der ist nicht schlau. Der ist noch bei mir im Distort. Okay, Kidman. Was, was? Kidman, du bist dran. Boah, Clemo, den kenn ich von den Aufnahmen. Clemo, okay. Jetzt noch zwei Leute. André, Demeter Krone, Cookie. Okay, Cookie, komm her. Und Westen, boah, rüber. Dann würde ich mal sagen, äh... Ich schwöre. André, bitte rechts hinstellen. Kidman, du und dein Team hier links hinstellen. Von dem Emergency-Knopf. Und ich würde mal sagen, Freunde, wir schnacken nicht dran. Stellt euch bitte in einer Reihe auf. Kidman und André bitte ganz nach hinten. Ah, und der Buzzer ist dann der Emergency. Ja, genau. Der Buzzer ist Emergency. Okay, Freunde. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zur ersten Frage. Und zwar... An welcher Game Show nahm Angela Merkel teil? Ruck, zuck. A, B, Familienduell. Oder C, Glücksrad. Nindroid gegen Burak. Was sagt ihr? A, B, Burak. A ist Ruck, zuck. B ist Familienduell. Und C ist Glücksrad. So. Nindroid. Du hast so lange Zeit gelassen. Jeder hätte das rufen können. Das stimmt. Nindroid, du hast zuerst gebuzzert. Bitte deine Antwort jetzt sofort. B, Familienduell. Burak, was sagst du? Weiß nicht, Bruder. Ich traue Familien... Was ist dieses Familienduell? Existiert das überhaupt? Weiß ich nicht. Das ist das Ding. Ich kenne sowas nicht. Ja, Ruck, zuck kenne ich auch nicht. Was gibt es andere? Glücksrad. Also, ja, dann... Glücksrad macht Sinn. Also, C. Schreibt C rein. Dann drücken wir drauf. Und es ist Glücksrad. Tschüss. Burak hatte recht, meine Damen und Herren. Das heißt, Nindroid... 50-50, Digga. Und das Glücksrad klang halt logischer. Das ist richtig. Deshalb, Nindroid, bitte alle Nindroid rausvoten. Dann würde ich mal sagen, Freunde. Es steht 1 zu 0 für Team Kidmap. Und ich bin gespannt bei der nächsten Frage. Uff. Okay, Freunde. Stellt euch wieder hin. Stellt euch auf. André, wen schickst du in den Kampf? André. Den Schlauesten von allen. Okay. Der Einzige, der nur einmal auf dieser Welt existiert. Wer? Leonid. Leonid. Dicke. Okay, du musst dich vorne hinschicken. Okay, geh dahin, du Hässlinger. Okay, und Kipp, wen stellst du in den Kampf? Um Clemo. Clemo. Dann würde ich mal sagen, Freunde. Und ihr müsst schnell buzzern. Also, der, wo zuerst schreiben will, der muss schnell buzzern. Also, die Frage lautet... Wie viele Golfbälle liegen auf dem Mond? A, 2. Boah, schimmer, Digga. A, 2. B, keiner. Oder C, 5. Leonid hat hier zuerst ge... Äh, 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 Dings. Deshalb ist seine Antwort zuerst. Und man darf nicht die gleichen Antworten haben. Leonid sagt B, keiner. Was sagt denn... Wen haben wir in den Kampf geschickt? Clemo? Wen hast du reingeschickt? Clemo. A. Clemo sagt 2. Wir drücken auf keiner. Und es sind 2! Oh mein Gott! 2 Stück! Hätte ich mir auch gedacht. Digga, 2. Den Astronauten. Astronauten safe. Die haben da Golf gespielt oder so. Scheiß, Digga. Okay. Das heißt, André, es sieht sehr, sehr schlecht für dich aus. Und nochmal. Bitte alle Leonid raus, holt meine Damen und Herren. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Wer wird hier die 2 Millionen... Äh, 2 Millionen Euro hier machen? Wer wird hier die 2 Cent machen? Abonniert meinen Kanal. 450.000 Abonnenten müssen wir schaffen. Und wenn ihr es nicht tut, mein Drucker schlitzt euch auf. Ja! Digga, seht ihr meine Fliege, Leute? Dafür müsst ihr ein Like da lassen. Ich hab die beste Fliege der Welt, Digga. Okay, es sind aber sehr schwierige Fragen. Also es sind wirklich sehr schwierige Fragen. André, wen schickst du in den Kampf? Digga, ganz schwierig. Es gibt ja nur noch einen. Ja, du kannst auch mitmachen. Kit Mave und du könnt auch noch mitmachen. Ja, wenn Kit Mave und ich machen, Kit Mave von wir beide? Okay. Kit Mave gegen André, meine Damen und Herren. Nächste Frage, Freunde. Und zwar, bei welchem Fußballverein ist Papst Franziskus Ehrenmitglied? A. Hannover 96. B. 1860 München. Oder C. Real Madrid. Und André hat gemasert, meine Damen und Herren. Was wird hier gefragt? Was ist, wo ist der Papst? In welchem Verein? André, du darfst entscheiden. Digga, sind das nicht Italiener? Dann würde ich C sagen. Italiener, Real Madrid? Ja. Äh, das ist Spanien. Digga, ich bin weg. 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 Ich habe nichts gehört. Ich bin weg. Tschüss. Nein. Ja. Danke, Freunde. Schummel Gang und Mave Femmes. Bitte macht ein super duper Meme aus diesem Idioten. Ich habe C geschrieben. Digga, ich bin weg. Das trifft ja echt. Aber das weiß ich vielleicht nicht. Kid Mave, was sagen Sie? Zur Auswahl steht noch A. Hannover 96. Oder B. 1860 München. Ich bin ehrlich, ich sage München, Digga. Du sagst München? Okay. Also, wenn jetzt, wenn jetzt, also warte, wenn jetzt beide falsch liegen sollten, Damen und Herren, machen wir eine zweite Runde. Also, Achmed, schreib rein B. Ich will dein B haben. Ich will, dass es im Chat steht. Kid Mave schreibt. Hä? Aber warte, ich will... Ah, es ist Hannover, du Spass. Ja. Ja, geil. Du darfst auch locken. Du darfst auch locken. Real Madrid. Also Italien? Also Italien, Digga. Oh fuck, meine Fliege ist auch gerade. Okay, dann drücken wir auf Real Madrid und es ist München. Hä? Es ist München. Es ist München. Kid Mave hat A geschrieben, Digga. Warum schreibst du A? Ja, Bruder. Ja, das war aus Versehen. Ja, das war aus Versehen. Okay, meine Damen und Herren. André, wohnen wir bitte nicht raus. André, wohnen wir bitte alle skippen. Kommen wir zur nächsten Frage. Und wäre Burak jetzt hier dran, hätte er safe gewonnen. Denn es geht um McDonalds. So, hört zu, meine Damen und Herren. Der erste Ronald McDonald Darsteller wurde entlassen, weil A. er zu dick war. B. er Vegetarier war. Oder C. bei Burger King gesehen wurde. Digga, D. weil er mir mal Angst gemacht hat als Kind. Okay, warte, ich weiß gar nicht, warum spiele jetzt Kid Mave gegen Cookie, Digga. Weil ich es spielen wollte, Bruder. Und ich habe gerade richtig beantwortet. Jetzt bin ich nochmal dran. Äh, okay. Gut. Dann bitte deine Antwortmöglichkeit, bitte. Und ich wusste die Antwort deswegen. Okay. Oder ich glaube, weil er bei Burger King war. Also, schreib C rein. Kid Mave sagt C, weil er bei Burger King war. Cookie, was sagst du? Digga, wenn es war, er bei Burger King war, dann bist du da gewesen. Digga, dann war ich das safe, Digga. Oh, shit. Cookie, was sagst du? Was war nochmal zu? Also, A war, er war zu dick. Oder B, er war Vegetarier. Er sagt A. Cookie sagt A. Dann würde ich mal sagen, Freunde, wir drücken auf. Er wurde bei Burger King gesehen. Kid Mave seine Antwort. Und sie ist falsch. Cookie hat gewonnen. Und zwar, weil er zu dick war. Ist die richtige Antwort, meine Damen und Herren. Kid Mave ist jetzt auch raus, meine Damen und Herren. Bitte skip Voten. Kid Mave dürfen wir nicht rausschmeißen. Wollt nicht irgendwer anderes gerade spielen lassen? Ja, halt. Guck mal, wie blöd die sind, Digga. Guck mal, wie blöd die sind. Guck, Voten, Voten nicht einfach, Digga. Das ist so geil, Digga, ich weiß. Muss ich hier nicht machen, meine Dauntime, weil ich bin der Dünste. Okay, Kid Mave schickst du in den Kampf. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, Aileen gegen Cookie. Nächste Frage. Was können Babys nur in den ersten drei Monaten? A, besonders gut hören. B, gleichzeitig schlucken und atmen, glaube ich. Oder C, ihre Mutter am Geruch erkennen. In den ersten drei Monaten. Wer buzzert hier schneller? Ich weiß, dass... Ich glaube, ich hätte auch buzzert, aber ich bin mir nicht sicher. Wer hat die erste... Oh, und Cookie haut hier als erstes. Und bitte direkt die Antwort rein, Cookie. Wer hätte Aileen das gewusst, hätte ich mir auch Sorgen gemacht. Cookie schreibt B. Gleichzeitig schlucken und atmen. Und Aileen schreibt C, ihre Mutter oder ihren Mutter am Geruch erkennen. Ich würde mal sagen, wir gehen rein mit Cookies Antwort. Wir schreiben jetzt mal gleichzeitig schlucken und atmen. Und es ist richtig. Yes. Es ist richtig, meine Damen und Herren. Ich habe gedacht, die können dreimal hintereinander furzen, die Babys. Aber, was weiß ich schon. Glaub mir, das können die, Digga. Das können die. Okay, dann wurden wir bitte Aileen raus. Es tut mir leid, Aileen Habibi. Cookie. Digga, Cookie rasiert, Junge. Ich sagte ja, Cookie, Cookie rasiert das ganze Team gerade. Egal, das ist Cookie gegen mich, Junge. Nein, Cookie gegen Wesselbauer. Wesselbauer war auch noch nicht. Also, schade an KidMapes Team. Wie viel? Aber er ist noch im Vorsprung. Er ist noch im Vorsprung. Bruder, wir sind gerade noch am Führen. Wir sind echt noch am Führen. Okay, Cookie gegen Wesselbauer. Nächste Frage. Was galt bis 2011 in Russland nicht als alkoholisches Getränk? A. Wodka. A. Bier. B. Wodka. Oder C. Wein. Ich will die Fragen wissen. Cookie haut hier drauf. Cookie haut hier drauf. Cookie haut hier drauf. Der macht Abitur X, der schreibt Clemo. Okay, Cookie. Ich bin überrascht. Cookie schreibt B. Wodka. Was sagt Wesselbauer? Bro. Was sagt Wesselbauer? Wesselbauer schreibt A. Bier. Wir drücken auf Wodka. Und es war... Das ist richtig. Bier war Softgetränk. Deshalb hat Cookie hier verkackt, meine Damen und Herren. Das heißt, Andresen Team ist komplett ausgelöscht. Aber ich sage euch ehrlich, ich würde auch, weil Wodka ist so das Nationalgetränk irgendwie. Ja, aber es hat 40% Bro, Digga. Digga, Softdrink, Digga. Du chillst so mit deinem Boy. Ey, Jungs, komm, wir chillen da ein paar. Sag dir ein bisschen Wodka. Okay, meine Damen und Herren. Das heißt, Andresen Team ist komplett draußen. Das heißt, Kid Maeve. Du musst jetzt, du musst jetzt. Warte, Kid Maeve selber ist jetzt auch draußen. Das heißt, du hast drei Leute. Wir machen Budak gegen Clemo und Wesselbauer. Ich würde mal sagen, gegen Clemo als erstes. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer wird das hier gewinnen, Freunde? Trommelwirbel. Wie viele Vornamen darf ein Kind in Deutschland höchstens haben? Clemo haut hier raus. Ich muss jetzt erstmal die Antwortmöglichkeiten sagen. A ist 4. B ist 8. Und C ist 5. Bruder, wenn er eigentlich vorher votet, musst du denen direkt Antworten... Ah ja, stimmt. Ohne das Wort verleten. Ah, stimmt. Stimmt. Da hab ich jetzt verkackt. Clemo, du musst direkt antworten. Direkt rein. Rein da. Was sagst du? A, B oder C? 4 sagst du. Ah. Budak, was sagst du? Oh, okay. Dann hab ich gewonnen. Ich sag C und ich weiß nicht. C. Es sind 5. Clemo. Äh, seine Antwort drücken wir zuerst. Es sind 4. Nein, es sind 5! Ich wusste nicht. Budak hat Clemo rausgehauen. Das heißt, wir hauen jetzt Clemo hier raus und kommen zum Finale, meine Damen und Herren. Wir kommen zum Finale. Die hatte 5 Namen, daher weiß ich das. Fisch, wie hieß die dann? Die hieß bestimmt... Bruder, würde ich nicht sagen, weil das kann man, glaube ich, nicht ganz präzise sonst raussuchen. Weißt du, wenn die schon 5 Namen aneinander... Da hast du recht. Ich will aber sagen, wir schlagen nicht dran herum, Freunde. Wir kommen dran herum. Großen Finale. Wer wird hier die 2 Millionen einzacken, die ich nicht hab und Budak mir einzacken kann? Dass du einzackst, das sind Mörger, nirg. Okay. So, seid ihr bereit. Seid ihr bereit, okay? Seid ihr bereit? Schmetterlinge haben ihren Geschmackssinn in den A. Flügel, B. Fühlern oder C. Beinen. Budak, man seid ihr als erstes. Budak, mach's spannend. Was sagst du? A, B oder C? Was war nochmal die Option? Wiederhol. Nein, du hast gemassert, echt? Nein, nein, nein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es sind... Flügel. Aber ich will doch weiter... Flügel, Fühler oder Beine. Flügel machen gar keinen Sinn, so. Fühler. Ich glaube, ich gehe safe mit den Fühlern, weil Dingens macht noch weniger, sind eigentlich Beine, Bruder, so. Budak geht rein mit den Fühlern. Was sagt Wesselbauer? Ey, wenn ich das da kacke, ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Es ist vorbei. Wer wird es gewöhnen? Wesselbauer. Komm. Für Ruhm und Ehre. Okay, Wessel... Also, Budak, du sagst Fühlern. B, Wesselbauer schreibt C. Ich denke von mir aus auch, das sind die Beine. Nein, das sind die Beine. 100 Prozent. Und ich gehe rein mit den Fühlern. Und es sind die Beine. Wesselbauer holt sich hier den Win-Ball. Richtig oder falsch, meine Damen und Herren. Ich wusste nicht, wie ich das anders nennen kann. Wesselbauer, es ist schön, dass du gewonnen hast. Sie dürfen jetzt nochmal hier was reinschreiben, was alle sehen sollen. Äh, André schreibt, ich mag... Uuuuuhh. Uuuuhh. Da hat... Wolle ich jetzt muss. Gut, Wesselbauer. Deswegen kriegst du jetzt auf jeden Fall ein Wurz-Kid. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like. Und auch da, checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs in der Infobox ab. Es hat mir richtig sehr viel Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Wesselbauer hat gewonnen. Ich muss mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Und haut rein. Ciao.